Herzlich Willkommen zum Schimpf-Lachen. Ja, im Laughter-Yoga verwenden wir eine besondere Geste, die ja fast alle von uns irgendwann in der Kindheit vielleicht auch erlebt haben, weil das so typisch ist für Ich zeige mal, wer hier der Herr oder die Herrin im Hause ist. Und das ist der erhobene Zeigefinger. Ja, und daraus haben wir ein Lachen gemacht. Und damit das so ein bisschen spielerischer wird, nehmen wir dann auch den anderen Finger dazu. Okay, probieren wir mal. Erstmal mit dem einen Finger. Oh ho 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 noch und du. Ja, damit kann man eben auch erkennen, dass man ja Dinge aufgenommen hat und sie dann als Erwachsener auch weitergibt. Also wir sind einfach Menschen, die ja Dinge auch immer wieder abspulen und aber wir können das Muster unterbrechen. Das heißt, wenn wir eben merken, wir entheben den Finger und wir haben häufig genug diese Lachübung gemacht, dann fangen wir an zu grinsen. Und ich kann mich damals an diese Situation erinnern, dass ich mit dem Lach-Yoga angefangen hatte und meine Tochter war noch klein und irgendwann merkte ich so, stand ich vor meiner Tochter und wollte gerade los schimpfen und guckte auf meinen Finger und musste einfach nur noch lachen. In diesem Sinne, wehe, du gibst mir kein Like. Wie, du hast noch nicht meinen Kanal abonniert? Du hast noch nicht ein Video von mir geteilt? Mach dir einen schönen Tag und falls du selber mit dir schimpfst in deinem Kopf, mach einfach auch die Übung. Alles gut.